So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Es gab mal wieder eine Meisterball-Forschung, das ist jetzt schon ein bisschen her. Hier steht 4. Oktober bis 11. Oktober, 10 bis 20 Uhr. Da ist ein Event. Hä? Das heißt, in dem Moment, in dem Zeitpunkt musste man spielen, musste man eingeloggt sein, um diese Forschung zu erhalten. Wie man die dann löst, wie lange man dazu braucht, das ist wieder egal, weil es war ja eine Spezialforschung, aber war gleichzeitig auch nur mit Ticket da. Das heißt, es kann sogar manchmal sein, ihr kauft euch ein Ticket, vergesst euch einzuloggen und dann habt ihr die gar nicht, obwohl ihr die gekauft habt und so weiter. Das Ticket diesmal kam von NetGhost, 79. Ich habe schon zwei Meisterbälle, ich habe die noch nie benutzt, weder auf dem Main damals noch auf dem Habanero jetzt. Ich wüsste auch nicht für was, für Gallervögel, weißt du ja eigentlich, brauchst du auch nicht, weißt du die IV meistens vorher nicht, da sagst du dann, okay, nimmst Meisterball und dann ist es Dreck und dann das bessere fängst du wieder nicht. Also wer weiß, was mit denen passiert. Jetzt werden die als Shinies eingeführt oder wurden eingeführt, die können ja angeblich eh nicht fliehen, also da bräuchtest du ja wieder auch keinen. Für was brauchst du sonst den Meisterball? Für, wenn du ein legendäres hast und weißt, das ist ein 100%iges aus dem Raid und du hast deinen letzten Ball, bevor es flieht, nimmst du es mit. Aber meistens hast du ja 21 Bälle und da bleibt das eh locker drin. So, für was habt ihr euren Meisterball eingesetzt bisher, beziehungsweise wie viele Meisterbälle habt ihr jetzt mittlerweile schon? Warum sich das jetzt hier rumdreht, weiß ich nicht. Da muss ich aufpassen, wie ich das Handy halte. Hier, das mach mal so zu. Dann will ich kurz mal hier durchblättern. Für die, die jetzt diese Meisterballforschung, die dritte, nicht haben, nicht gekauft haben, ignoriert haben, gesagt haben, brauche ich nicht. Das war meine Danksagung, das war die Forschung. Die hat vier Seiten, das sieht man hier raus. Auf der ersten Seite gab es, fange 250 Pokémon, verwende 150 Bären beim Fangen von Pokémon, lande 100 gute Curveball-Würfe, da gab es Bälle, Bären, Staub und eine Begegnung mit, pass auf, Flunschlieg. Das konnte man dann fangen, das war dann schlecht und dann hat man weitergemacht auf der nächsten Seite. Fange 300 Pokémon, lande 100 großartige Curveball-Würfe, verschicke 50 Pokémon. Da gab es Bälle, Bären, Bälle und eine Begegnung mit, also 3500 EP gab es auch, aber eine Begegnung mit Porenta. Beides konnte natürlich scheinig sein bis jetzt, alles super, alles cool. Jo, Porenta war dann noch schlechter, obwohl es 15 Angriff hatte, aber egal. Vor allem 7.10. Das seht ihr ja immer auch ungefähr, wann was wie gemacht wurde. 6.10. 1. Seite, 7.10. 2. Seite, was weiß ich. Dann kommen wir auf die dritte Seite. Fange 350 Pokémon. Besiege 25 Mitglieder von Team Go Rocket. Das war zu der Zeit, wo dann auch die Rocket-Übernahme gestartet ist. Mit Summer Center und Crypto Heatran alles. Fange 75 verschiedene Arten von Pokémon. Wir haben wieder mal Bälle, wir haben TMs, wir haben Beleber, 4500 EP und ein Pokémon erscheint. Was wird es wohl diesmal sein? Ein Gala Smogmog. So, gab es ja einen Trick in dem einen Event. Letztens konnte man ein normales Smogmog einfach entwickeln. Das ist nicht Smoggon geworden, sondern ein Gala Smogmog. Gala Smoggon Bock. Und wenn man ein Shiny Smoggon hatte, ist das ein Shiny Gala Smogmog geworden. Das war richtig toll. Haben wir, ich glaube, in dem einen Video aber auch gemacht und gezeigt. Ja, das war jetzt auch wieder, sieht aus wie Porrenda, oder? Zwei Sterne, aber 15 Angriff. Ist wahrscheinlich genau dasselbe. Dann kam die letzte Seite. Das war die längste Seite. Die ging auch mindestens eine Woche, weil Besuche an sieben verschiedenen Tagen Pokestops. 2500 EP. Fange an sieben verschiedenen Tagen ein Pokémon. Brüte 20 Eier. Fange 75 Pokémon. An einem einzigen Tag lande 50 fabelhafte Würfe. Fange 500 Pokémon. Da steht alles da. Die Belohnungen seht ihr ja selber hier. EP, Staub, ein Pokémon. Bälle, Toppeleber, Bären. Nochmal Staub, EP und der Meisterball. Und da wollen wir jetzt direkt rüber switchen. In das Spiel rein und das mal live abholen hier. Jetzt geht hier auch noch der Bildschirm aus. So, das holen wir ab, das holen wir ab, das holen wir ab, das holen wir ab. Was ist hier drin? Das heftigste Pokémon der Welt muss ja hier drin sein in der Meisterballforschung. Es ist ein Galapandimos. Da werdet ihr jetzt lachen, aber Galapandimos, damals gab es ja erstmalig auch nur mit einem Ticket. Man musste sich ein Ticket kaufen, hatte dann die Begegnung mit dem Ding, konnte in dem Ticket noch ein zweites erwerben, konnte Pandifrost dann entwickeln. Und da war das was Seltenes. Irgendwann wurde das auch als Shiny eingeführt, da kam das aber nochmal wieder, dann ist das auch bei den komischen Top Raids um die Arena herum nach dem Raid rum auch gespawnt im Rauch. Das war auf jeden Fall mega kompliziert, aber manche Leute haben sich da ein paar Shinies mitgenommen. Den müssen wir jetzt bewerten, den haben wir noch nicht bewertet. Der hat auch zwei Sterne und das ist wahrscheinlich das schlechteste von den vier Pokémon, die ich bis jetzt hier gerade gefangen habe. Und dann können wir uns noch den Meisterball abholen. 5.000 EP, oh mein Gott, du hast einen Meisterball erhalten. Das sieht immer so schön aus, wenn hier die Thermoskanne aufgeht, der Ball rausdroppt. Du fängst garantiert jedes heftige, wilde, aggressive Pokémon. Und dann ist das auch abgeschlossen. Und jetzt habe ich auch nur noch Galaruf drin, aber das geht ja momentan eh nicht weiter. 15 bis 19, da war auch Crypto Heatran drin. Das Video muss noch kommen, vor dem, aber vor dem muss auch das Mega Zubiris Video kommen. Alles durcheinander. Auf jeden Fall trotzdem danke an NetGhost für meinen dritten Meisterball. Ich habe keine Bälle. Hä? Die waren wahrscheinlich weiter oben. So, hier, guck mal. Drei Meisterbälle. Dieses Item kann hier nicht eingesetzt werden. Item, Item, Item ab. So, das war es. Wie viele Meisterbälle habt ihr momentan im Inventar? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out for out. Euer Ramses. Und guckt mal, wie das Maskottchen flaggert. Warte. Wo ist denn die Maus? Hier ist die Maus. Muskottchen. Muskottchen. Das ist nur, um Zeit zu schinden, dass wir die 8 Minuten vollkriegen. Spaß. Nee, wir machen es aus. Ciao. Ciao. Ciao.